Das Kinderheim Heimelig im Freiburgischen Kerzers bietet zwölf Betreuungsplätze für Kinder und Jugendliche. Es ist für Kinder da, bei denen eine umfassende Betreuung notwendig ist, die in der Herkunftsfamilie nicht gewährleistet werden kann. Das Kinderheim Heimelig eignet sich für Buben und Mädchen im Alter zwischen 4 bis 15, die in die öffentliche Schule gehen, die körperliche und gestrige Gesundheit aufweisen und eine kostengutige Sprache zu wiesenden Stellen haben. Im Kinderheim Heimelig befähigen wir die Kinder und Jugendlichen, ihre sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln und die vorhandenen Ressourcen zu stärken. Mir ist wichtig, dass die Kinder, die hierher kommen, ein Zuhause haben. Dass sie sich hier entwickeln und selbstständig werden können. Die Kinder verfügen im Kinderheim Heimelig über ein eigenes Zimmer. Das sie nach ihren Bedürfnissen einrichten können. Es ist wichtig, dass sie Rückzugsmöglichkeiten und eine gewisse Privatsphäre haben. Ich heisse Jari, in der zweiten Klasse. Mir gefällt es sehr schön, weil man viel spielt und viel baden. Ich bin Jonas, gehe in die fünfte Klasse, bin elf. Die Kinder besuchen in Kerzers die Grundschule. Es ist uns wichtig, die Zusammenarbeit mit der Schule zu fördern. Wir suchen aktiv den Kontakt zu den Lehrpersonen, damit die Kinder und Jugendlichen optimal unterstützt werden können. Ganz zentral ist für uns eine enge Zusammenarbeit mit den Eltern. Die lieblichen Eltern von unseren Kindern und Jugendlichen sollen die wichtigsten Bezugspersonen bleiben. Wir unterstützen die Herkunftsfamilien, dass sie in der Nähe zusammenrücken können und das oberste Ziel dabei ist die Rückplatzierung. Wir befähigen die Kinder und Jugendlichen, ihre sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Sie sollen sich so weit wie möglich selbst verwirklichen können. Unsere Kinder und Jugendlichen sollen lernen, ihr Leben selber zu organisieren und zu meistern. Dazu gehört die Förderung und Unterstützung vom Selbstvertrauen und die Weiterentwicklung vom Selbstwertgefühl. Im Kinderheim Heimelig werden die Kinder von Diplomierten Sozial- und Heilpädagogen betreut. Sie unterstützen die Kinder ebenfalls bei ihren täglichen Hausaufgaben. Das Kinderheim Heimelig ist vom Kanton Freiburg sowie vom Bundesamt für Justiz offiziell anerkannt. Für uns ist es wichtig, dass die Kinder schlussendlich auch integriert werden in Gesellschaften. Das ist das Wichtigste, was wir sagen, dass sie sich ihr Plätzchen finden in der Gesellschaft, wo immer das jetzt sein. Dass sie selbstständig sein können, dass sie ihr Leben eigentlich auch meistern können, das selber. Sofern sie keine Unterstützung haben. Natürlich ist das System dahinter, umso besser und wenn nicht, dass sie das trotzdem herunterbringen. Das Kinderheim Heimelig verfügt über eine rund 4000 Quadratmeter grosse Gartenanlage. Mit verschiedensten Aktivitäten können die Kinder und Jugendlichen ihren Bewegungsdrang ausleben. Wir fördern uns ganz klar, wir spielen draussen. Wir fahren auch viel Fahrradfahren mit ihnen. Oder eine Rolle bleiben. Grundsätzlich ist Bewegung für uns ein grosses Thema. Wir unterstützen unsere Kinder und Jugendlichen dabei, neben der Schule soziale Kontakte zu pflegen, indem wir sie fördern, dass sie in Dorfvereine gehen oder dass sie ausserhalb der Schulzeiten mit Kollegen abmachen. Auch im Haus selber gibt es für die Kinder und Jugendlichen vielfältige Beschäftigungsmöglichkeiten. Die Kinder werden aktiv in den Alltag einbezogen und helfen bei den anfallenden Hausarbeiten tatkräftig mit. Das Heim hält diverse Tiere. Mit der Pflege dieser Tiere lernen die Kinder und Jugendlichen Verantwortung zu übernehmen. Eine gute Voraussetzung dafür, dass sie ihren Weg im Leben finden. Eine gute Voraussetzung dafür, dass sie ihren Weg im Leben finden. Eine gute Voraussetzung dafür, dass sie ihren Weg im Leben finden. Eiste und Julian Färceptorennen��등detztend Lowerezeit Eine gute Voraussetzung. 1 Lieblingsbetindovertendsmusik 2 oder 2 00 Aja East skal Alternativ eine gute Voraussetzung. Beine padre Ap $